Aua! Ah! Hör auf! Au! Was ist Gewalt? Wofür brauchen wir Gewalt? Und wofür brauchen wir Gewalt nicht? Vier Beispiele. Aua! Ostukraine. Ist das noch Fracking oder schon Gewalt? Ich glaube, es ist Fracking und keine Gewalt. Unter ganz hohem Druck wird dort der Boden bearbeitet, wird etwas in den Boden reingepresst und irgendwas kommt raus und niemand weiß, was es ist. Und deswegen sage ich, ich glaube, es ist Fracking. Keine Gewalt. Ah! Hannelore Kohl hatte eine Sonnenallergie und musste hinter verdunkelten Vorhängen und heruntergelassenen Rollläden ihren Lebensherbst und auch Lebenswinter verbringen. Helmut Kohl fuhr ihr dabei mit seinem Rollstuhl immer in die Ferse. Ist das schon Gewalt? Häusliche Erziehungsmaßnahmen oder doch Wolfgang Schäuble? Ah! Hör auf! Ist das schon Gewalt oder bloß Dynamo Dresden? Der erste deutsche Hooligan, Toni Schumacher, trat bei einer Europameisterschaft einem französischen Stürmer mit dem Bein voraus ins Gesicht und schlug ihm dadurch mehrere Zähne aus. Er entschuldigte sich danach überhaupt nicht. Der zweite deutsche Hooligan ist Oliver Kahn. Er lernt seit fünf Jahren sprechen im deutschen Fernsehen und versucht Ergebnisse richtig vorherzusagen wie 2010 Krake Paul. Ah! Elefanten werden wie Schweine gehalten und die Schweine wie Ratten. Über diese vier Themen denkt doch mal drüber nach. Ihr findet mich unter mülschgemüse.com in der Mitte.